Thomas Osborne I. Dukavlitz K.G. war ein englischer Staatsmann. Nachdem er mehrere Verwaltungsämter innegehabt hatte, erreichte Osborne 1673 den Höhepunkt seiner Macht, als er zum Lord High Treasurer ernannt wurde. Osborne war eine der wichtigsten Stützen Karls II., der nach dem Commonwealth of England erst 1660 auf den Thron zurückgekehrt war. Insbesondere bemühte sich der Verwaltungsfachmann um ein Bündnis zwischen König und anglikanischer Kirche. Im Unterhaus schuf er mit Bestechung und durch die Förderung loyaler Abgeordneter eine starke königstreue Fraktion, die der Landpartei unter Anthony A. Schliekuper gegenüberstand. Aus dieser Hofpartei entwickelten sich schließlich die Tories, als deren Gründer Osborne damit gelten kann. Osborne stürzte wegen seiner widersprüchlichen Außenpolitik. Einerseits versuchte er ein Bündnis gegen Frankreich zu schmieden, indem er die spätere Maria II. mit Wilhelm III. von Oranien verheiratete. Gleichzeitig verhandelte er aber für Karl II. auf dessen Willen und entgegen seiner eigenen Überzeugung mit Frankreich um die Zahlung von Subsidien. Seine politischen Feinde enthüllten diese Geheimverhandlungen, worauf Osborne unter hohen politischen Druck geriet. Auch eine Auflösung des Parlaments, mit der Karl 1678 seinen Schatzkanzler zu schützen versuchte, konnte eine Anklage gegen Osborne nicht verhindern. Bis 1684 war er im Tower von London inhaftiert. 1688 war Osborne, der seit 1674 den Titel eines Hölzs auf Dunbi trug, einer der sieben Unterzeichner der Einladung, auf deren Grundlage Wilhelm III. zur Intervention in England aufgefordert wurde, was schließlich zu dessen Erhebung zum englischen König führte. Als Wilhelm ihn darauf zum Lord President of the Council ernannte und ihm 1694 den Titel Duke of Leeds verlieh, gewann er noch einmal politischen Einfluss, der jedoch 1695 abrupt schwand. Als er von der ostindischen Kompanie wegen Bestechlichkeit angeklagt wurde, trat Thomas Osborne von seinen Ämtern zurück.